Also neulich, da habe ich mich gefragt, sag einmal, was ist denn eigentlich geworden aus der Bikini-Figur? Ja, aus der Bikini-Figur, weil jetzt würde das Wetter langsam schön werden, dann habe ich mich gefragt, wo ist denn diese Bikini-Figur eigentlich hin? Weil, das heißt ja immer, das Haus verliert ja nichts, aber ich habe sie gesucht, die ist weg. Was mache ich denn jetzt?